hallo und herzlich willkommen zu so geht in diesem video sind wir in der digitalisierung von unterricht wir schauen uns moodle in der version 3.9 an und ich möchte mal den moodle gestaltungsbaukasten vorstellen das ist so eine idee von mir und zwar ist das ein baukasten der bausteine quasi enthält mit denen ihr einfach eure kurse gestalten könnt und wenn euch das video gefallen hat dann lasst gerne ein abo da und gibt einen daumen nach oben aber zum video moodle gestaltungsbaukasten so sieht ja aus ihr seht hier sind ganz viele elemente die einfach schon fertig und da sind die man nutzen kann den moodle um seine kurse ein bisschen aufzupacken ihr braucht dafür kein plugin oder irgendwie so was das ist alles einfach nur ein bisschen code css und html das muss man aber gar nicht so dolle wissen die idee ist folgendes ich pack den link unten in die video beschreibung dann könnt ihr euch den kurs runterladen dann stellt ihr ihnen in eurem moodle wieder her so dass das eben so aussieht und dann schreibt ihr alle lehrer oder alle die es eben nutzen möchten schreibt ihr als trainer ein also kursleiter mit bearbeitungsrecht sonst geht das nicht und dann können nämlich alle lehrer ab dann diese einzelnen elemente hier in ihre kurse importieren also an diesem kurs dürfte natürlich auch was ändern aber dann brauchen wir vielleicht ein bisschen ahnung von der einen oder anderen sache aber muss auch gar nicht muss nichts geändert werden aber ich kann mir diese sachen alle in meine kurse importieren also wenn der kurs in eurem moodle erst mal ist kann jeder kollege ich zeige das mal ganz kurz hier oben importieren gehen dann sucht er sich den kurs ich habe den jetzt ja moodle gestaltungskurs also wir haben ja ganz viele hier dann seht ihr hier so wir gehen auf weiter und hier können wir einfach jetzt einmal wieder auf weiter gehen also nur durch die häkeln kann alle so bleiben da ist nichts in dem kurs drin so jetzt kann ich mir entweder alle ich kann kein und ich kann natürlich ausgewählte sachen wir importieren also wenn ich das toll fand mit dem hausaufgaben und der grafik oder ich fand die einfache horizontale linie toll das jetzt über ein häkchen dann gehe ich hier auf weiter und importiere das ich mache das jetzt nicht und dann habe ich die sachen in meinem import abbrechen in meinem kurs also ihr guckt was ihr benötigt ich schalte mal das paar arbeiten ein ihr seht das sind alles einzelne textfelder und da drinne liegen die text und die könnt ihr euch einfach dann in eurem kurs importieren also beispiel aufklappbarer text oder eben einklappbarer text oder abgerundete rahmen hier ganz viele linien und hier so ein paar sachen wie ich ja schon wie man es kombinieren könnte hier oben vielleicht so eine ankündigung so eine anmerkung in rot hier vielleicht ein paar links hier bei der videokonferenz fehlt der link also ich weiß ja nicht welche ihr nutzt das müsste dann noch ergänzt werden sowas wie aktuelles thema das kann man dann immer dahin schieben wo man es gerade braucht wenn ich auch mal ganz schön und vielleicht irgendeine gliederung die euch gefällt aber ihr könnt das auch alles alles anpassen so und das zeige ich jetzt wenn das in euren kursen liegt bitte nicht dass in dem ursprünglichen kurs machen und ihr möchtet jetzt vielleicht gar nicht dass das hier grün ist dann geht ihr ins bearbeiten und seht da ist eine grafik die könnt ihr natürlich ändern und das text den könnt ihr auch ändern ihr braucht also um den text und die grafik zu ändern auch keine html kenntnisse um jetzt die grafik und den rahmen da so zum wischen zu ändern da geht ihr dann hier auf das pfeil nach unten symbol und dann habt ihr ja hier hinten denn html so ein knopf oder knopf html und dann wird der code angezeigt der sich dahinter verbirgt und jetzt müsst ihr eigentlich gar nicht so viel wissen der text ist ja klar also hier steht der text der text ist da und klar ihr könnt aber was ändern natürlich hier steht background das ist hintergrundfarbe das ist jetzt um html code ich habe auch den link in dem kurs gepackt wo wir mal gucken könnt dann ist das rahmen links wenn er nicht links soll dann kommt das links halt weg da gibt es auch ganz viele beispiele dann ist er fünf pixel und er ist durchgängig also nicht gestrichelt oder sowas und der rahmen hat die farbe der hintergrund hat die farbe auch der also quasi nur diese beiden sachen ersetzen und den rest bräuchte ich eigentlich gar nicht zu können ich ändere hier natürlich nichts und das geht mit jedem also auch hier vielleicht ihr wollt einfach mal eine trennlinie haben geht ihr hier also nachdem er es in eurem kurs gemacht hat wo sie immer wieder betonen könnte ich hier den text natürlich den ihr wollt ändern könnt ihr wieder auf das html gehen und seht hier steht nichts anderes als dieses hr und da steht eben dass es ein solid also solid ist immer so das soll durchgängig eine farbe ein pixel wenn ihr das dicke haben wollt ändert ihr die pixel und wenn ihr eine andere farbe haben wollt ändert ihr das so und so habt ihr eine ganze menge möglichkeiten dass es hier abgerundet ist das steht dann auch immer so ein bisschen was das für eigenschaften sind wenn ihr davor ein bisschen platz haben wollte oder eben nicht und wenn ihr hintergrundfarben haben wollt hier zum beispiel hintergrundfarbe ich da jetzt mal reingucke da steht jetzt so also das steht sogar als wort das kann nämlich css auch also ihr könnt auch green und blue und sowas schreiben dann geht das auch da gehen aber dann eben nur diese farben mit ok also ihr seht ihr habt ihr schon eine ganze menge möglichkeiten ihr importiert das in eure kurse und dann ändert ihr das genauso ab wie ihr das wollt wenn ihr das mal in unterseiten braucht also hier zum beispiel noch kann ja auch sagen ich gehe dahinter ist aber nur test reingeschrieben und ihr wollt hier irgendwas haben dann kopiert euch einfach den das was ihr möchtet ich schaue mal eben was ich mache ich nehme mal haben wir die jungen schick ist nicht immer das hier dann gehe ich auf bearbeiten kopiere mir das aus dem markt hier einfach mal alles rechte maustaste kopieren jetzt das möchte ich verlassen und jetzt sagt er ja ich brauche das auf einer unterebene das ist ja dann nicht importierbar so einfach ich klicke wieder irgendwo rein hier ins bearbeiten hier steht jetzt ja mein text da mache ich auch eben diesem html html an jetzt kann das was davor steht ruhig da bleiben ich gehe ein tiefer und füge jetzt einfach an die stelle das ein und seht das ist wieder so ein p tag speichern und anzeigen und dann hätte ich es auch innerhalb meiner unterstrukturen wenn ich sind da möchte also es geht ja wirklich überall nutzen der kurs ist auch sehr klein wie gesagt kein extra plugin oder sowas und das nächste schöne ist dafür gehe ich mal eben kurz wieder hierhin moodle ist ja auf allen endgeräten wird das wird die oberfläche hier angepasst auch in der app übrigens das funktioniert auch mit all den sachen also alles was ihr seht wenn das bis display display kleiner ist wird das alles schön angepasst dann müsst ihr euch um nichts kümmern das ist bei grafiken ja manchmal so ein bisschen denn nicht ganz so schön so und wenn ihr jetzt noch irgendwie ideen habt was ich doch damit reinbauen könnte dann schreibt mir bitte in die kommentare oder auf twitter oder wo auch immer und ich würde das denn hier ergänzen und immer wenn ich ein paar sachen ergänzt habe gibt es auch wieder eine neue version also guckt vielleicht mal regelmäßig dann auf den link den ich unten in die video beschreibung packen und für dieses video soll es auch schon wieder gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein